Grüezi! Die Schweiz ist das Partnerland der CeBIT 2016. Da staunen viele Bauklötze und sagen, Och ja, die Schweizer, konservativ, langsam, fahren den ganzen Tag sie und heissen alle Heidi und Urs. Aber das stimmt ja schon mal nicht. Ich heisse Pierre. Pierre Klatt, ich bin der Managing Director TTC System Schweiz. Und ja, wir Schweizer haben es uns verdient. Wir sind das ideale Partnerland der CeBIT. Insgesamt haben wir fast 9000 Gipfel. Und ja, richtig. Deshalb fahren wir auch gerne Ski. Aber wir nutzen unsere Berge auch für die IT. Wie bitte? Irgendwo. Mittendrin. Versteckt in der Bergwelt. Speichern wir unsere Daten. Wir haben zwei ehemalige Verteidigungsanlagen zu topmodernen Rechenzentren ausgebaut. Geschützt von Erdbeben, Diebstahl und Angriffen. Denn wir Schweizer lieben Sicherheit. Genau wie unsere Kunden. Wir lieben auch Pünktlichkeit, Präzisionsarbeit und Tradition. Aber wir lieben auch Innovation. Nirgends in Europa werden pro Einwohner so viele Patente angemeldet wie in der Schweiz. Ohne uns keine Anrufbeantworter, keine Armbanduhr, keine elektronische Zahnbürste und keinen Klettverschluss. Seit fünf Jahren ist die Schweiz auf dem Platz 1 im Global Innovationsindex. Den Fussball haben wir zwar nicht erfunden, aber die Torkamera geht auf unser Konto. Bei Kicken selbst hinken wir noch ein bisschen hinterher. Dafür sind wir Weltmeister im Bahnfahren. 2014 haben wir so viele Kilometer mit der Bahn zurückgelegt, wie weltweit keine andere Nation. Und das auch dank T-Systems. Seit über 17 Jahren unterstützen wir die Schweizerische Bundesbahn mit neuesten Technologielösungen auf ihrem Weg in die Cloud. Unser Gesundheitswesen gehört zu einem der Besten der Welt. T-Systems ist in der Schweiz einer der führenden Health-ICT-Spezialisten und versorgt Spitäler mit Krankenversicherungen mit digitalen Lösungen. Dadurch sparen sie Zeit und Kosten. Kein Wunder, denn Sparen, das lieben wir auch. Sie sehen, in uns steckt mehr, als man zunächst vermutet. Überzeugen Sie sich doch live davon und besuchen Sie uns auf der CeBIT. Bis dahin, tschüss, tschau zämme. Erleben Sie die Welt der Digitalisierung vom 14. bis 18. März auf dem Stand der Deutschen Telekom in Halle 4, Stand C38.